Nur mal so zum gucken, was steht da jetzt? Nur mal so, also 789, wenn wir jetzt auf Doppelklick machen, mal schauen. Und schon werden wir wieder verarscht. 914. Also so schnell sind die Preise gestiegen, das tut mir wirklich leid. Gucken wir mal das nächste. Je weiter wir nach unten kommen, desto teurer wird es. Ja, gut. 791 und jetzt, ok. Da haben noch nicht so viele Leute. Bleibt das, bleibt das, bleibt das bei 791. Gucken wir mal. Du bist bestimmt bei 900 und jetzt noch mal. Bei Merlin ist gut. 916. Das ist doch zum Haare rausreißen. 2 Euro innerhalb von 1 Sekunden. Herrlich. Ich schau noch mal ganz kurz, das hier oben das erste, was wir hatten. Ja, wir machen dann noch. Ach, guck dich schnell, das ist aber nicht, also das ist zu viel. Ja. Ne, ok. Dann, es tut mir leid. Wir haben es wirklich mehr als versucht. Wir haben zu lange gezögert. Wie lange muss man warten, bis sie wieder runter fahren würden? Wenn überhaupt. Gibt es denn vielleicht noch mal Last Minute, kurz bevor? Ich meine, weil... Ich könnte rein theoretisch, könnte es sein. Weil, ich meine, so schnell wie das jetzt hoch geht, muss es doch langsam wieder runter gehen. Hoffentlich. Wenn nachher die Plätze nicht auf einmal doch aufgesucht werden. Ja. Wann sollte man denn da am besten noch mal nachfragen? Ich kann gerne mir das hinlegen. Ich bin auch jetzt die komplette Woche da. Ja. Ja, gerne. Ja. Ja, gerne. Ja.